Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Trading Tips heute am Donnerstag 18. Juli. Wir schauen in die USA, nicht auf Tech-Werte, weil die bekommen zurzeit richtig auf die Mütze und zwar in den Versicherungsbereich und da auf Progressive, einem der führenden Kfz-Versicherer und irgendwas machen die bei Progressive richtig gut, weil die Aktie ist gestern um 5% gestiegen, hat damit ein neues Rekord hochmarkiert und auch diesen Aufwärtstrend, diesen stabilen weiter fortsetzen können. Zuletzt mal die letzten 2-3 Monate hat mir hier zwischen knapp 200 und 218 Dollar so eine Art Konsolidierungsphase ausgebildet und die jetzt nach oben durchbrochen. Das ist ein starkes Kaufsignal und auf das gehen wir long in einem Turbooptionsschein unseres Partners Morgan Stanley. Die ME26AB kostet 6,15, hat einen Hebel von 3,3 und den Stoppkurs, den platzieren wir bei 5,20 Euro. Es sei Volland, uns hat gestern noch nicht gut angelaufen, weil auch der Markt nicht so mitgespielt hat. Wir haben den Ausbruch nicht bestätigen können, leider sind dann etwas nach unten wieder weggefallen. Es sind jetzt keine wahnsinnigen Verluste, aber trotzdem wurde der erste Anlauf abgewehrt, der erste Angriff auf ein neues Jahreshoch und der Schein, den sehen wir auch eingeblendet, ist etwas zurückgekommen von 11,39 auf 9,66 und ist leider damit ausgestoppt worden. Das war es schon wieder von meiner Seite, ich wünsche Ihnen gute Kurse, würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.